Oh, wunderschön. Das habe ich als Video. Das habe ich auch als Video. Geil. Ah, wundervoll. Hallo ihr Lieben, willkommen im Park der Ornithologik. Ich bringe euch hier heute richtig, richtig tolle Aufnahmen mit. Hier hinter uns allein, ja, da ist eine Insel. Da sind ganz, ganz viele Nester drin von verschiedenen Vogelarten. Und ja, die sind da alle am Brüten. Also viele haben schon Junge. Und wir haben ganz tolle Flamingos hier. Da hinten zum Beispiel. Das ist richtig schön hier. Ja, dann freut euch an den Aufnahmen, wenn es euch gefällt. Gebt uns gerne einen Daumen hoch. Wir freuen uns. Ja, dann nimmst du dich. Ja. Da sind die jungen Vögelchen, ach sind die süß. Ein riesiger Fisch, ein riesiger Karten, der eine Fliege gerüht hat, oder eine Mücke. Die Kaffeechen im Wasser, die holen sich die ganze Zeit Mücken. Das ist eine Schildkröte. 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 Und das ist eine Schildkröte. Das ist ein Schildkröte. Das ist schon interessant, ne? Er hat eben für Aufsehen gesorgt, bei dem kleinen Vogel, der da hinten auf dem Stamm sitzt. Die mögen sich nicht. Die können sich nicht leiden. Was? Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Oh, wunderschön. Das habe ich als Video. Das habe ich auch als Video. Wunderschön. 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 Da starten die nächsten. Don, 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 don. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da stopfen wir noch doch um die zwei. Da stopfen wir noch. Musik Musik Die trauen sich jetzt gerade immer mehr. Die hätten auch direkt mit Mami schwimmen können. Ich glaube, die wollen auch zu Mami. Musik 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 Ich hab' einen Gas. Gott, er ist schon wieder zurück, hat Schiss gekriegt. Nein, da muss man die andere nicht tun. Aber wo sind die Eltern? Gerne. Komm, und da schwimmen die jetzt auch hin. So eine Rabenmutter. Ja, die ist auch da eben, da hinten rüber. Da waren auch noch mehr von den Kleinen. Schnell ging's nicht heute zurück. Jetzt geben's aber Gas. Da ist das Ziel, da muss man jetzt ganz schnell hin. Ganz schnell. Dann rüber. Die Haare. Da ist ja ganz schnell. Ja, da ist ja immer. Dann rüber. Dann rüber. Bist du auch? Ja, da ist ja. Ja, ich bin ganz cool. Ja, ich bin ganz schön. Wir sind ja erst mal drauf. Ich bin ganz gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020